So, Abschlusseigenschaften wird das Thema der heutigen Vorlesung sein und wir beginnen mit Vereinigungen und Schnitten. Und was das alles bedeutet, erkläre ich Ihnen gleich. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Markus Krötzsch und dies sind die Videos zum Thema formale Sprachen und Automaten. Ja, vor einiger Zeit hatten wir verschiedene Operationen für formale Sprachen kennengelernt. Wir haben gesehen, gleich am Anfang, dass man formale Sprachen als Mengen verschiedentlich miteinander verrechnen kann. Man kann zwei dieser Mengen schneiden, dann hat man nur noch die Wörter, die in beiden enthalten sind. Man kann sie vereinigen, man kann aber auch einige Dinge mit ihnen tun, die nur bei Sprachen sinnvoll sind und nicht bei Mengen allgemein. Zum Beispiel kann man eine Konkordination bilden oder einen Stern, einen Klinikstern über einer solchen Wortmenge definieren. Ja. Und seitdem ist jetzt einige Zeit vergangen. Wir haben uns mit anderen Darstellungen beschäftigt, haben Grammatiken und Automaten näher betrachtet. Und jetzt möchte ich dahin zurückkommen und die Frage stellen, ob denn diese regulären Sprachen, mit denen wir schon so viel uns beschäftigt hatten und für die wir schon so viele verschiedene Darstellungsformen gesehen haben, auch verträglich sind mit diesen Sprachoperationen. Also Sie können sich ja leicht vorstellen, Sie haben zwei reguläre Sprachen. Für beide gibt es einen Automaten. Und dann bilden Sie den Schnitt dieser beiden Sprachen. Eine einfache mathematische Operation. Und Sie erhalten etwas, das vielleicht keine reguläre Sprache mehr ist. Denkbar wäre das. Und wenn das nicht passiert, dann sprechen wir von Abschluss. Und wie wir sehen werden, dann ist es so, dass bei regulären Sprachen die gängigen Operationen allesamt diese Abschlusseigenschaften haben. Das bedeutet, reguläre Sprachen sind abgeschlossen. Und zwar unter allen Operationen, die wir bisher kennengelernt haben. Im Prinzip möchte ich das Ihnen in diesem Video und im nächsten genauer erklären. Aber hier sehen Sie es schon mal aufgeschrieben. Wenn L, L1, L2 allesamt reguläre Sprachen sind, dann sind auch die folgenden Ausdrücke reguläre Sprachen. Vereinigung von L1, L2, Schnitt von L1, L2, Komplement von L bezüglich einer bestimmten Grundmenge natürlich, die durch das Alphabet bestimmt ist, also der Menge aller möglichen Wörter über diesem Alphabet. L1, L1 gefolgt von L2 oder konkateniert mit L2 und auch der Klinikstern über L. All das führt also nur wieder zu regulären Sprachen. Alles, was bei diesen Operationen und bei ihren Kombinationen erzeugt werden kann, ist auch immer regulär. Und das bedeutet insbesondere, wenn ich diese Dinge ursprünglich als reguläre Sprachen hatte, dann hatte ich auch Automaten für sie. Und das bedeutet, man erhält auch für die Ergebnisse dieser Operationen jeweils endliche Automaten. Und tatsächlich ist das auch die Art, wie man diese Art von Abschlusseigenschaften besser verstehen und auch mathematisch beweisen kann. Man zeigt einfach, wie man aus einem oder aus den Automaten, die die Teile dieser Ausdrücke erkennen, also zum Beispiel aus Automaten für L1 und L2, einen neuen Automat für die Vereinigung oder für den Schnitt konstruieren könnte. Okay, gut. Das ist also unsere allgemeine Beweisidee. Beweisidee, wir übersetzen Operationen auf Sprachen in Operationen auf Automaten. Und das ist auch insofern interessant, als dass es ganz nett ist, Operationen auf Automaten zur Verfügung zu haben, mit denen man Dinge tun kann, neue Automaten konstruieren kann und unter Umständen auch Automaten eleganter und leichter beschreiben kann, als wenn man sie jedes Mal vollständig oder als einen großen Automaten angibt. Gut. Okay, wir wollen, wie gesagt, in diesem Video damit beginnen und ich beginne von oben nach unten. Das heißt, die erste Operation, die ich betrachten werde, ist die Vereinigung. Vereinigung von NFAs, Vereinigung der Sprachen, die zwei NFAs erkennen. An der Stelle, wenn Sie es nicht offensichtlich finden, sollten Sie kurz innehalten und sich überlegen, was das eigentlich bedeutet. Also Sie haben einen NFA gegeben, der erkennt eine Sprache und Sie haben noch einen NFA gegeben, der erkennt eine andere Sprache. Und wir suchen jetzt einen NFA, der die Vereinigung dieser beiden Sprachen erkennt. Und wie könnte der aussehen? Wie kommt man da hin? Okay, das ist wirklich sehr einfach. Und zwar, die Definition ist länger, als man eigentlich erwarten würde. Was die Definition im Prinzip einfach sagt, ist, wir nehmen die beiden Automaten so, wie sie sind, passen dabei aber auf, dass wir keine Zustände gleich benennen bei den beiden Automaten. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben zwei Automaten gegeben. Einen M1 mit den Bestimmungsstücken, jeweils mit Index 1 und dem Alphabet Sigma, was bei beiden gleich sein soll. Und M2 hat die entsprechenden Bestimmungsstücke für zwei, auch mit dem gleichen Alphabet Sigma. Und ich nehme jetzt an, dass die Zustände der beiden disjumpt sind. Das heißt also, keine Zustandsbezeichnung im ersten Automaten darf aber im zweiten vorkommen. Das ist OBDA ohne Beschränkung der Allgemeinheit, weil natürlich die Bezeichnungen für die Zustände oder die Elemente der Mengen Q1 und Q2, die wir verwenden, um die Zustände zu repräsentieren, völlig beliebig sind. Das hat mit der Sprache, die der Automat erkennt, ja überhaupt nichts zu tun, ob wir einen Zustand Q oder R oder P nennen. Und insofern beschränkt es uns in keinster Weise, wenn wir annehmen, dass die Namen der Zustände disjumpt sind. Okay. Und mit diesen Inputs können wir jetzt einen Vereinigungsautomaten definieren. Den schreibt man so mit einem Plus. Kann man auch anders schreiben, aber ich schreibe ihn so. Und der ist gegeben als die Vereinigung von Q1 und Q2, als dieses 5-Tupel, was die Vereinigung von Q1 und Q2 als Zustände hat. Das heißt, ich nehme einfach alle Zustände, die aus Q1 und aus Q2 stammen, in den neuen Automaten auf. Ich habe das gleiche Alphabet wie vorher. Ich definiere eine neue Übergangsfunktion, die hier genauer beschrieben werden wird. Ich nehme einfach die Vereinigung beider Startzustandsmengen und die Vereinigung beider Endzustandsmengen. Und die Übergangsfunktion ist am Ende auch nur die Vereinigung der Übergangsfunktionen. Ich sage einfach, für einen Zustand Q und ein Zeichen A ist diese Übergangsfunktion die, die uns entweder das Ergebnis der Übergangsfunktion des ersten Automaten liefert, falls der Zustand zum ersten Automaten gehört hat, oder das Ergebnis der zweiten Übergangsfunktion, wenn der Zustand zum zweiten Automaten gehört hat. Okay. Die Definition ist viel komplizierter, als die Idee eigentlich ist. Das werden wir gleich nochmal richtig am Beispiel sehen. Was man hoffentlich, wenn man die Definition einmal verstanden hat, sehr leicht sieht, ist, dass die Sprache, die dieser Vereinigungsautomat erkennt, genau die Vereinigung der beiden Sprachen ist. Das bedeutet, reguläre Sprachen sind unter Vereinigung abgeschlossen. Denn wenn zwei Sprachen regulär sind, dann gibt es für sie zwei Automaten, dann gibt es für diese beiden Automaten einen Vereinigungsautomaten und dann gibt es für die Vereinigung einen Automaten. Und das bedeutet, die Vereinigung ist regulär. Das ist so die Schlusskette. Okay, gut. Jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, damit Sie auch wirklich sehen, wie einfach das ist. Wir haben hier zwei NFAs gegeben und möchten die vereinigen. Und jetzt können Sie sich einen Tusch vorstellen. Tam, tata, tam, 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 tam. Genau. Also das ist die Vereinigung. Ja, Automat enthält genau die Zustände beider Automaten und die Übergänge und alles andere nebeneinander. Also das ist wirklich nichts weiter als das. Und Sie sehen aber trotzdem, dass dieser Vereinigungsautomat offenbar die Vereinigung akzeptiert als Sprache. Wir haben jetzt eine größere Startzustandsmenge. Das heißt, wir können uns nicht deterministisch überlegen, ob wir den ersten oder den zweiten Automaten benutzen wollen für die Worterkennung. Und ab dort wird dann einfach alles so gemacht, wie in dem Automaten vorgesehen. Das heißt, die einzige zusätzliche Entscheidung, die eigentlich hier eingeführt worden ist, ist, welcher der beiden Automaten am Anfang benutzt werden soll. Und ab da läuft dann die Erkennung ganz normal. Okay. Die akzeptierte Sprache zeige ich Ihnen hier auch nochmal. Die hätten Sie sich auch überlegen können. Okay. Gut. Das war die Vereinigung. Etwas interessanter ist der Schnitt, den wir uns als nächstes anschauen wollen. Auch hier haben wir einen Abschluss und auch hier erhalten wir ihn, indem wir einen entsprechenden Automaten konstruieren. Gegeben sind dafür wieder zwei Automaten, M1 und M2. Und wir suchen jetzt einen Automaten, der genau die Wörter akzeptiert, die in beiden Automaten liegen. Das heißt, hier ist es nicht so, dass wir einfach vereinigen können und entweder das eine oder das andere nehmen, sondern wir brauchen hier kein oder, wir brauchen ein und. Das heißt, wir möchten sagen, das Wort muss in dem ersten Automaten und in dem zweiten liegen. Und das wird sichergestellt und das kann man sicherstellen, indem man sozusagen die Eingabe gleichzeitig synchron in beiden Automaten einliest. Und wenn beide Automaten akzeptieren, dann akzeptiert der Vereinigungsautomat. Und das Konstrukt, was man dazu benötigt, um das zu implementieren, ist der sogenannte Produktautomat, den wir uns jetzt gleich als nächstes anschauen. Produktautomat hier definiert. Erstmal zur Erinnerung, bevor ich da hingehe, und da sehen Sie auch gleich, warum der Produktautomat heißt, ist, wenn man zwei Mengen A und B hat, dann schreibt man A Kreuz B für das kathesische Produkt dieser Menge. Und das ist einfach die Menge aller Paare von Elementen aus A und B. Also das heißt, A Kreuz B ist gleich diese Menge mit Paaren von klein a, b, wobei A in A ist und B in B. Okay. Und genau dieses Produkt werden wir jetzt verwenden für den Produktautomaten. Wir starten wieder mit zwei NFAs. Diesmal habe ich keinerlei Bedingungen an Sie, auch nicht ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Das sind einfach bloß zwei NFAs mit dem gleichen Alphabet. Und wir definieren jetzt den Produktautomaten M1 Kreuz M2 als folgendes Gebilde hier. Und da sehen Sie schon mal, die Zustandsmengen im Produktautomaten sind, ist das Produkt der Zustände. Das heißt, jeder Zustand im Produktautomat ist ein Paar aus zwei Zuständen, wobei der erste aus dem ersten Automaten genommen ist und der zweite aus dem zweiten Automaten stammt. Das Alphabet ist nach wie vor das gleiche. Die Übergangsfunktion definiere ich gleich. Die Startzustände sind einfach alle Paare von Startzuständen, wobei der erste Startzustand aus Automat M1 kommt und der zweite Startzustand aus Automat M2 kommt. Und ebenso ist es bei den Endzuständen. Das sind Paare von Endzuständen. Okay. Und die Übergangsfunktion? Die Übergangsfunktion ist auch wieder einfach ein Produkt. Und zwar sagen wir, wenn wir im Zustand Q1, Q2 sind und ein A einlesen, dann kommen wir in die Menge aller Paare von Zuständen, wobei man die erste Komponente von Q1 aus mit A hätte erreichen können und die zweite Komponente von Q2 aus mit A hätte erreichen können. Okay. Und Sie sehen überall Produkte, ja. Also in jeder Definition, selbst hier in der Übergangsfunktion brauchen wir das kathetische Produkt und der Name Produktautomat ist also vollkommen gerechtfertigt. Okay. Das ist die Definition und jetzt wollen wir auch sehen, wie das Ganze praktisch funktioniert. Zunächst einmal noch die erhoffte Korrektheit, die ich zunächst mal behaupten werde hier. Der Automat soll also die Eigenschaft haben, dass seine Sprache genau der Schnitt der beiden ursprünglichen Sprachen ist. Okay. Noch eine interessante Beobachtung kann man hier machen, bevor wir weitergehen, nämlich, dass diese Produktkonstruktion Determinismus erhält. Wenn Sie nämlich zwei Mengen haben, die beide die Größe 1 haben und deren Produkt bilden, dann hat das Produkt immer noch die Größe 1. Und das bedeutet insbesondere, wenn die Zustandsmengen, in die Sie von einem Zustand aus gelangen können, immer einelementig sind, also sprich, wenn alle Übergänge deterministisch sind oder die leere Menge, wenn der Übergang nicht gegeben ist, dann wird auch das Produkt immer eine elementige Menge sein, also wieder deterministisch sein, oder wenn die leere Menge drin vorkommt, die leere Menge sein. Also das heißt, Produkte von DFAs sind DFAs. Ist ja auch ganz praktisch. Was übrigens natürlich bei Vereinigungen, wie man leicht sieht, nicht der Fall ist. Also da gibt es immer noch die nicht-deterministische Entscheidung, welcher der beiden DFAs verwendet werden soll für das Wort. Okay. Gut. Da ist also die Definition. Ein bisschen klarer wird es, wenn man sieht, wie die in der Praxis arbeitet. Zunächst einmal habe ich hier zwei NFAs gegeben, die beide eine bestimmte Sprache akzeptieren. Und das können Sie sich jetzt mal kurz überlegen. Wie gesagt, halten Sie das Video einfach mal an. Denken Sie mal darüber nach, was da rauskommen müsste. Okay. Gut. Also der erste Automat, man sieht es akzeptiert direkt im Startzustand. Kann dort auch beliebig viele Einsen lesen. Kann mit einem Nullübergang nach B gehen. Dort wird nicht akzeptiert, aber da können wieder beliebig viele Einsen stehen. Aber um zu akzeptieren, muss irgendwann nach A zurückgewechselt werden. Und daran sieht man schon, hier wird nur akzeptiert, wenn das Wort eine gerade Anzahl von Nullen enthält. Also mit jeder Null, die ich lese, muss ich noch eine zweite Null irgendwann später lesen, sonst kann ich nicht akzeptieren. Der zweite Automat liest beliebig viele Nullen in diesem, wenn man hier im Startzustand eingeht, geht dann mit Null oder Eins hier herüber in den Endzustand und darf hier nochmal beliebig viele Einsen lesen. Man hätte auch sogar direkt hier anfangen können und gleich nur beliebig viele Einsen lesen. Das heißt, die Wörter, die hier akzeptiert werden, haben immer die Form eine Folge von Nullen gefolgt von einer Folge von Einsen. Also mit anderen Worten, das sind Wörter, in denen das Infix 1 gefolgt von Nullen niemals auftritt. Also alle Nullen stehen vor allen Einsen. Und das andere waren die gerade, die geradezahligen Nullen. Okay, das sind unsere beiden Automaten und jetzt können Sie sich überlegen, wie ein Automat aussehen müsste, der eine Sprache akzeptiert von Wörtern, die beide Eigenschaften haben. Also gerade Anzahl Nullen und kein Infix dieser Form. Das können Sie sich jetzt vielleicht so ausdenken. Wir können es auch einfach berechnen mit der Produktkonstruktion. Produktkonstruktion, Sie sehen hier zwei Zustände in jedem. Das heißt, wir erhalten vier Paare von Zuständen im Produktautomaten. AC, BC, AD und BD. Und wir können jetzt Stück für Stück alle Bestimmungsstücke, die dieser Produktautomat hat, hier hinzufügen. Zunächst einmal die Startzustände. Startzustände sind die Kombinationen von Startzuständen des Ersten mit denen des Zweiten. Also AC und AD werden hier Startzustände. Endzustände ebenso. Hier gibt es aber jeweils nur einen, ein-elementig mal ein-elementig ist immer noch ein-elementig. Also hier kommt AD als einziges Paar heraus. Das ist der Endzustand. Und jetzt können wir der Reihe nach die Übergänge konstruieren. Und dabei kann man sich einen bestimmten Zustand hier wählen, zum Beispiel AC, und dann den Übergang für ein bestimmtes Symbol, zum Beispiel 0, für diesen Zustand suchen. Also wenn ich mir hier AC anschaue und 0, dann sehe ich, mit A kann ich, von A aus kann ich mit 0 nach B, von C aus kann ich mit 0 nach C und nach D. Das heißt, es gibt hier zwei Übergänge, einen nach C und einen nach D. Und ebenso werde ich hier zwei Übergänge haben. Der erste geht von AC nach BC und der zweite von AC nach BD. Ich komme also immer in der ersten Komponente nach B und in der zweiten Komponente habe ich die Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten. Okay, und so gehe ich weiter vor und betrachte jeden einzelnen Übergang. Hier haben wir also die 1, die ist deterministisch. Es gibt nur einen Übergang in jedem der Automaten. Also komme ich von AC nach AD. Jetzt können wir in AD weitermachen. AD für 0 sehen wir, interessanterweise hat A zwar einen Übergang für die 0, D aber nicht. Und das bedeutet, dass es hier ein Produkt mit einer leeren Menge gibt. Also wir haben B, die Menge, die nur B enthält, multipliziert mit der leeren Menge. Das heißt, es ist immer noch die leere Menge. Das bedeutet, es gibt keinen Übergang für 0 von AD aus. Für 1 gibt es wieder einen Übergang, weil wir von A nach A und von D nach D gelangen können. Das heißt, es gibt hier so eine Schlaufe und so weiter und so fort. Also hier sehen Sie für BC die Nullübergänge. Auch da haben wir wieder 2, weil es hier nicht deterministisch ist. Und das Ganze wird schön symmetrisch, wenn wir jetzt noch den 1-Übergang hinzufügen und uns noch mal überlegen, was die fehlenden Übergänge für BD sind. Und da kommt hier noch so eine Schlaufe dazu. Okay. Das heißt, an dieser Stelle haben Sie jetzt den kompletten Automaten konstruiert und alles abgearbeitet. Und wir sehen, dass wir sehr mechanisch und sehr einfach eigentlich zu dem Ergebnis gekommen sind und jetzt einen Automaten haben, der also diese gesuchte Sprache akzeptiert. Okay. Gut. Es ist natürlich so, wenn man das auf einem Pad Papier macht, wie das in Prüfungen zum Beispiel der Fall ist, dann muss man gut planen, wie man die Zustände anordnet, damit man nicht allzu viel kreuzende Pfeile und chaotische Darstellungen erhält. Man kann das natürlich auch erst mal vorher skizzieren und dann noch mal in der Reihenform übertragen. Das ist vielleicht ganz vernünftig in manchen Fällen, wenn man das Diagramm zeichnen möchte. Einfacher ist es natürlich, wenn man einfach das 5-Tupel angibt. Da kann man Zeile für Zeile alle Bestimmungsstücke aufschreiben und muss sich nicht mit Graph-Layout herumschlagen. Okay. Gut. Was noch übrig ist, ist der Beweis der Korrektheit dieser Konstruktion. Das ist auch ziemlich einfach, wie wir sehen werden. Sie sehen, es ist schon die letzte Folie für heute. Wir wollen zunächst die eine Richtung zeigen. Das heißt, wir zeigen, dass das, was dieser Produktautomat erkennt, immer auch von beiden ursprünglichen Automaten erkannt werden muss. Dafür nehmen wir ein beliebiges Wort, so wie wir es auch schon in anderen Beweisen vorher getan haben, und nehmen an, dass es in der Produktautomatensprache enthalten ist, und überlegen uns, was dann daraus folgt. Was bedeutet das, wenn ein solches Wort in diesem Automaten akzeptiert wird? Das muss irgendwie einen akzeptierenden Lauf geben. Wie sieht der aus? Das ist ein Lauf aus lauter Paaren. Was ist da am Anfang? Naja, da müssen am Anfang Paare stehen, die Anfangszustände waren in unserer Definition, und dann muss es Übergänge geben, die nach unserer Definition Übergänge waren, und es muss Endzustände geben, die nach unserer Definition Endzustände waren. Und wenn Sie dann einfach die Definition nachschlagen, dann sehen Sie, was daraus für Bedingungen folgen. Also das ist unser Lauf nochmal hier. Sieht ein bisschen kompliziert aus, weil ich hier Q1, Q2 jeweils habe, aber dann noch einen zusätzlichen Index brauche, um die Position im Lauf darzustellen. Aber es ist eigentlich höchstens notationell kompliziert. Also das, was ich gerade gesagt habe, was alles gelten muss, dass es hier Stadtzustände und gültige Endzustände und Übergänge geben muss, das steht hier alles aufgeschrieben. Und wie gesagt, das einzige Verwirrende sind wahrscheinlich die vielen kleinen Indizes, die wir brauchen, weil es so viele verschiedene Teile hier gibt. Also hier sehen Sie mal die erste Zeile, und Sie können das hoffentlich leicht nachvollziehen. Also am Anfang des Laufs muss ein Stadtzustand stehen, das heißt, dieses Paar ist ein Stadtzustand. Das bedeutet, es ist in diesem Produkt von Stadtzustandsmengen drin, und das bedeutet, der erste Zustand ist ein Stadtzustand vom ersten Automaten, der zweite Zustand ist ein Stadtzustand vom zweiten Automaten. Und das ist schon ein guter Anfang. Bei Endzuständen das Gleiche. Das Paar, was als Endzustand verwendet wird, muss aus zwei Endzuständen bestehen. So ist das nun mal bei Endzuständen im Produktautomaten. Und jetzt kommen noch die Übergänge. Wir müssen fordern, dass also jedes Paar einen gültigen Übergang zum nächsten Paar hat, und das bedeutet aber letztlich, dass der erste Automat für den ersten Teil des Paares einen gültigen Übergang zum ersten Teil des Folgezustandes hat. Das soll ich andersrum zeigen. Also das ist der erste Teil des ersten Paares, und das, was dann als Folgezustand berechnet wird, ist das, was hier vorne steht. Und das ist genauso, ist es bei der zweiten Komponente. Auch die hat für das gleiche Symbol einen Folgezustand im zweiten Automaten, der dem entspricht, der hier im Paar vorkommt. Okay, also habe ich hier zweigültige Übergänge. Und wenn ich all diese Dinge festgestellt habe, dann sehe ich, dass also die erste Komponente einen vollständigen Lauf ergibt für den ersten Automaten, und die zweite Komponente der Paare jeweils einen vollständigen Lauf für den zweiten Automaten ergibt. Und damit habe ich gezeigt, dass das zwei akzeptierende Läufe sind. Und das bedeutet, das Wort ist in beiden Sprachen enthalten, es ist also auch im Schnitt enthalten. Wunderbar. Das ist die eine Richtung. So. Jetzt müsste man noch die andere Richtung beweisen. Das werde ich nicht tun. Das ist völlig analog. Wenn Sie möchten, schreiben Sie es sich nochmal auf. Aber es ist schon, ich nehme das schon fast zurück, denn es ist fast das Gleiche. Ja, also das ist sehr direkt, diese Übersetzung. Eigentlich könnte man die Richtungen fast mit genau dann, wenn, in einen Beweis übernehmen, anstatt das getrennt zu zeigen. Okay. Gut. Und damit haben wir die Korrektheit gezeigt. Das ist schon alles. So. Damit haben wir also zwei neue Konstruktionen mit Automaten kennengelernt, nämlich die Vereinigung und den Schnitt. Und wir haben schon erfahren, dass Sprachen unter allen uns bekannten Sprachoperationen abgeschlossen sind. Pardon, Schnitt, Vereinigung, Komplement, Konkatenation und Klinikstern. Ein Teil davon müssen wir noch zeigen. Das machen wir beim nächsten Mal. Was wir jetzt auch schon feststellen können, ist, dass natürlich mit diesen Operationen auch noch andere definiert worden sind. Zum Beispiel die Differenz von Sprachen können Sie definieren über Schnitt und Komplement. Und wenn natürlich Schnitt und Komplement abgeschlossen sind oder Abschlusseigenschaften haben für reguläre Sprachen, dann überträgt sich das automatisch auch auf alles, was man aus diesen ableiten kann. Also zum Beispiel auch auf die Differenz. Also wir sehen, reguläre Sprachen sind sehr robust und ergeben immer wieder neue reguläre Sprachen in diesem Zusammenhang, was ja ein sehr angenehmes Verhalten ist. Okay. Gut. Wie gesagt, beim nächsten Mal wollen wir dann schauen, wie es genau funktioniert für Konkatenation und Klinikstern und Komplement. Bis dahin. Auf Wiedersehen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.